Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Meine Abonnenten hatten mich gebeten, bzw. einer von euch hatte mich gebeten. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob im Discord oder unter dem Kommentar mir mal Ironsides anzusehen. Und das werde ich tun. Das ist ein Free-to-Play-Shooter, das bedeutet, ihr könnt ihn umsonst spielen. Allerdings wird es hier wahrscheinlich irgendwelche Ingame-Währungen geben, die hier oben auch schon so ein bisschen zu sehen sind. Falls mich jetzt jemand nicht kennt, ich kenne mich so ein bisschen mit Handfeuerwaffen aus und werde das Spiel mal so ein bisschen auf die Handfeuerwaffen hin analysieren. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir mal wieder ein Waffen-Bingo, bzw. ich habe ein altes Waffen-Bingo von damals gefunden. Denn diese ganzen Free-to-Play-Shooter, von denen es eine ganze Menge gibt, die haben immer so ein bisschen ein anderes Waffenangebot als andere Spiele. Und zwar gibt es dann hier meistens die sogenannten Weep-Waffen, bzw. es sind sehr oft ostasiatische Waffen dabei. Und ich werde euch jetzt mal mein Bingo einblenden. Das besteht aus Dervo K1 Ska-H QBZ 95-98. AK-12, denn dieser Shooter möchte sehr, sehr futuristisch sein. Und sehr futuristische Shooter haben immer das AK-12 dabei. Natürlich ein M4A1, um halt die üblichen Spieler, die von Modern Warfare kommen und so weiter, denen auch was Bekanntes zu geben, damit die was Bekanntes haben. Dann die Diavo K2, also Diavo K1, K2, K7. Das sind koreanische Sturmgewehre, die sind relativ interessant. Dann höchstwahrscheinlich das Diavo K11 und das bereits erwähnte Diavo K7. Dann das japanische Typ 64. Dann hat man bei solchen Future-Spielen auch immer dicke Revolver dabei, und zwar diese Future-Revolver. Deswegen habe ich hier im Bingo den Rhino. Danach habe ich die etwas aktuellere Typ 89. Das ist auch ein japanisches Sturmgewehr. Dann erwarte ich, weil die auch sehr oft in Free-Shootern drin sind, die Robinson-Serie, also die Robinson Survival LCR-Serie. Ne, LCX ist es eigentlich. Dann Ska-L. Dann, was man bei diesen Free-Shootern immer hat, dass man da sehr viele Waffen hat, die man kaufen kann, und meistens sind auch ältere Waffen dabei. Deswegen erwarte ich hier mindestens eine zweite Weltkriegswaffe, denn man muss den Spielern ja was geben, was sie gerne haben, und den wirklichen Anreiz geben, wirklich Geld dafür auszugeben. Deswegen, so gut wie alle Free-Shooter haben irgendwelche WW2-Sachen drin. Ich würde mal sagen, das Wahrscheinlichste, was man meistens sieht, ist das STG 44, weil das dann auch relativ kampfstark noch sein kann. Denn in solchen Future-Spielen, den Spielern wirklich dann ein K98k zu geben, ist eigentlich nicht so cool. Dann habe ich hier noch irgendwas WW1. Ich habe hier einfach mal MP18 reingeschrieben. Und in jedem Future-Spiel darf nicht fehlen ein XM8-Verschnitt. Und dann gucken wir uns mal an, welche Waffen wir hier finden. Und das erste, was ich in seiner Flosse sehe, zack, erster Treffer, der AWK2. Das ist nämlich kein M4, auch wenn es hier so ein bisschen aussieht mit dem Stock und so weit. Das erkennt man hier vorne am Gassystem. Das ist ein DAWK. Ich verwechsel die immer. Ist das jetzt? Moment. Die lange ist die K2 und die kurze ist die K1. Oder umgekehrt. Ich habe da immer wieder einen Knoten drin. Das ist sozusagen so eine M... Naja, es ist... Irgendwann wollten die Koreaner halt, um sich... Also die Südkoreaner, um sich gegen die Nordkoreaner zu wehren, wollten die halt das N16 herstellen. Und Colt hat gesagt Nein. Und dann haben die was hergestellt, was noch sehr, sehr M16-artig ist. Allerdings nicht komplett. Obwohl, das sieht hier mega merkwürdig aus, das Ding. Das Ding sieht aus wie eine ganz komische Mischung aus K1 und K2. Denn das K1, also der Karabiner davon, ich nenne jetzt einfach Karabiner und Gewehr. Denn der Karabiner hat eigentlich ein direktes Gassystem. Das hier sieht aber so aus, als wäre das hier ein Kolbengassystem. Und das Gewehr, beziehungsweise das K2 hat ein Kolbengassystem. Weiter geht's. Wir gucken uns mal hier um. Was haben wir? Ja, K2C war korrekt. Des Weiteren haben wir... Darf ich die alle direkt nehmen? MP5. Und ich sehe, wir haben hier eine ganze Menge Tarnungen. Wo ist denn hier der Unterschied? Ich kann benutzen und kaufen. Woodland-Kamo. Ah, hier. Gutes, altes... Oh, wie heißt das? Kamo. Das verwechselt man ja immer. Das wird meistens immer als Atex verkauft. Aber in Wirklichkeit heißt das, glaube ich, UCP-Kamo. Es ist immer so was, wenn man irgendwie in irgendwelchen Militärshops oder im Airsoft-Bereich was kauft, dann muss das immer Atex heißen, weil UCP das Geschütz ist. Das ist so eine recht blasse Pixel-Tarnung, die Amerikaner heute überhaupt nicht mehr angesagt. Dann haben wir hier so eine Desert-Tarnung, die so ein bisschen aussieht wie dieses Five-Call-Desert. So eine Stadt-Kamo. Oh, das ist... Ach, hier steht es dran. Multicam. Wie heißt das denn hier? Woodland. Ach, digital. Das war auch eines der ersten Spiele, die ja... Wie nennt sich das? Custom-Tarnungen für die Waffen hatten. Also, dass man die Tarnung auf einer Waffe wirklich ändern konnte. Das war ja damals Call of Duty Modern Warfare 1. Und das war, glaube ich, die erste Tarnung, die dann immer freigeschaltet hat. Die war auch so grau. Der Multicam ist aktuell die Standard-Tarnung. Das haben ja wirklich alle Spezialeinheiten heutzutage. Was ist das? Das ist was Fiktives. Das sieht so ein bisschen aus... Sieht so ein bisschen russisch aus. Ah, geil! Ey, das ist nice. Okay, warum ist eigentlich hier irgendwie so geil? Also, Leoparden-Kamo bin ich immer dafür. Leoparden-Kamo, beste Kamo. Tiger-Kamo ist auch interessant. Und zwar, die richtig hohen Kamos, die man damals bei Modern Warfare 1 hatte, waren ja, ich glaube... Bei Modern Warfare 1 war es ja, glaube ich, so... Ich habe das letztens noch gespielt. Und zwar, Woodland-Kamo und Wüsten-Kamo gab es beide sofort umsonst. Das nächste, was man hatte, war dann halt diese Pixel-Kamo. Und dann hatte man erst, ich glaube, erst Blautiger und dann Rottiger und dann Gold. Aber Gold auch nicht überall. Zebra, sieht auch cool aus. Schlangenmuster. Erinnert mich jetzt so ein bisschen an das ganze Tarnmuster-System aus Belfield Hardline. Die hatten ja auch so abgefahrene Sachen. Was haben wir noch? So ein Schlangenmuster nochmal. Gold darf natürlich nicht fehlen. Cartoon, sieht witzig aus. Und Zigzag. Sieht so ein bisschen aus, wie so ein bisschen fiktive Mischung aus Sand. Okay, MP5A5. Mit Relschienen. Ja. Benutze ich die jetzt? Okay, was habe ich sonst noch zur Auswahl? Oh, eine Blazer. Das ist recht interessant. Und zwar ist das ein Scharfschützengewehr. Und zwar ist das kein Kammerstängelverschluss richtiger, sondern es ist ein Geradezugverschluss. Das bedeutet, man muss den Kammerstängel nur nach hinten ziehen und kann ihn wieder nach vorne drücken. Allerdings seit Belfield und dem M95 sollte das eigentlich bekannt sein. AK-12, nächster Treffer übrigens hier in der zweiten Generation mit dem glatten Gehäuse. Denn die AK-12 ist ja immer wieder geändert worden. Ganz vorne, also ganz am Anfang gab es ja die AK-200. Dann wurde das Ganze zur AK-12, also zu dieser AK-12, dann wurde die AK-12 nochmal geändert. Die geändertete Version hat dann hier mehr Rippen am Gehäuse. Dann gibt es nochmal eine neue Version. Das ist dann die sogenannte, also ich nenne die meistens so, die ovale AK-12. Und dann gibt es ja jetzt die heutige AK-12, die wieder zurück ist und wieder hier das Gehäuse vom AK-74 benutzt. G36C. Wäre auch eine interessante Wahl. FAMAS. Okay, Allstars sind alle dabei. Ach, die habe ich ja eine Weile nicht mehr gesehen. Das ist die M4-Version, wie es sie in Modern Warfare 2 gab. Und zwar hier mit dem, äh, mit diesem dicken Handschutz, wo die Rail-Schiene einmal hier ganz drüber geht, über das Gehäuse. Wo es quasi eine Rail-Schiene, ähm, vom vorderen Block her über den hinteren Block gezogen wird, um eine Full-End-Trail zu haben. Mit diesem klappbaren, äh, mit diesem, mit diesem klappbaren, äh, Corn-Tiger hier vorne. Relativ interessant, war auch, war auch damals sehr populär. Ja, und zwar gab es rein zufällig diese Waffe dann auch noch als Software-Version von D-Boys. Und vor der China-Krise gab es die sehr, sehr günstig. Und die hatten wirklich viele Airsoft-Spieler, haben sich das Ding dann geholt. Und das auch genauso aussehen lassen, wie, äh, das gleiche Modell, äh, welches es dann, äh, welches es dann Modern Warfare 2 gab. Ich habe AUG A3, ja, das ist sogar eine korrekte A3, sonst hat man bei der AUG ja immer oft den Fehler, dass, ähm, man sagt, dass alles, was eine Rail-Schiene hat, eine AUG A3 ist, obwohl, ähm, Moment, wie ist das? Okay, AUG A1 hat einfach nur so ein Zielvisier drauf. AUG A2 hat dann auch eine Rail-Schiene, allerdings ist die höher und man kann hier durchgucken. Und die echte AUG A3 hat dann wirklich diese flache Rail-Schiene hier. Okay, soweit alles Bekannte. Nice, nochmal eine AK-47 mit dabei. Obwohl das hier, Moment, ja, die Aussparung ist korrekt. Hier ist auch die korrekte Schiene drauf. Äh, der Kornträger könnte falsch sein. Das sieht nämlich ziemlich chinesisch aus hier vorne, denn die chinesische AK-Version, die hat hier immer, wie nennt sich das, so einen geschlossenen Kornträger. Das werde ich wahrscheinlich sehen, wenn ich da irgendwann mal schaffe, da mal durchzugucken. Dann, witzig, dass hier in so einem Future-Spiel auf einmal nochmal eine AK-47 drin ist. Und sogar eine korrekte. Aha. AS, äh, AS58 OSW. Das ist eine kürzere FNFAL, also eine amerikanische FNFAL. Ist auch sehr cool. Ähm, wäre wahrscheinlich, wenn ich mir das hier aussuchen dürfte, die Waffe meiner Wahl. Darf ich die haben? Nein. Gut, weiter geht's. Ähm, oh, ein halbautomatisches Scharfschützengewehr. M39 EMR ist ein halbautomatisches Scharfschützengewehr. Und zwar ist das, das ist wieder eine ganz komplizierte Geschichte, wo ich jetzt auch nicht die ganze Zeit mehr nerven will mit diesen ganzen M14 Sachen, wie sich M14 von M21 unterscheidet. Das hier ist eine halbautomatische M14, allerdings nochmal mit etwas engeren Toleranzen, damit das ganze Ding präziser ist. Im EBR-Stock. EBR ist halt hier diese Spezialschärfung mit Pistolengriff und noch Schiebeschaft und so weiter. So, als nächstes gucken wir. Ah, eine italienische ARX-160. Ähm, ist, könnte bekannt sein aus, ich glaube, Call of Duty Ghosts hat dieses Gerät hier populär gemacht. Beziehungsweise, naja, populär gemacht nicht wirklich. Denn Call of Duty Ghosts war ja noch nicht mal selber populär. Wie wollen die eine Waffe populär machen? So, weiter haben wir ja. Ach ja, SSG, die kleine SIG, also die SIG-SG-Kommando 553 in der kürzesten Version. Die scheinen hier wirklich an alle Klassiker gedacht zu haben, die es so gibt. Oh, nice! Das ist cool, das sieht man nicht oft. Das ist relativ interessant. Und zwar ist das eine AR-57. Entschuldigt bitte, dass ich immer diese Doppelzahlen immer ein bisschen anders ausspreche. Denn die Videos und die Sachen, die ich lese und gucke, die mir die Waffen, wo ich halt das meiste Wissen dazu herhabe, die sind natürlich alle englisch. Und im Englischen würde man natürlich sagen 57 und nicht 57. Das funktioniert ja andersrum. Das ist relativ interessant. Und zwar ist das eigentlich wieder eine AR-15 bzw. Schrägstrich M4-Plattform. Allerdings für die Magazine und für die Kugeln von der FNP-90. Das Ding gibt es unter anderem bei Jagged Alliance 213 IOV. Und da ist es sehr genial, weil man da wirklich eine Waffe hat, die sehr schnell schießt. Und das Ding ist durch die klassische Konfiguration nicht so merkwürdig zu handhaben wie eine echte P90. Allerdings ist das hier falsch. Hier unten steckt kein Magazin drin. Das Magazin ist hier oben. Das sind diese länglichen Magazine, wo die Kugeln hier oben in dieser Schnecke gedreht werden. Und die Patronenhülsen, die fallen einfach da raus, wo beim echten M4 bzw. beim echten AR-15 das Magazin sonst steckt. So. Ska-H, damit nächster Treffer, ist eigentlich auch ein Klassiker. Ich glaube, obwohl das Gassystem zu weit vorne ist oder der Handschutz zu kurz, aber meckern auf hohem Niveau, ist das erstmal in Modern Warfare 2 aufgetaucht. HK-4-17, auch bekannt. Ich glaube, HK-4-17 hatten wir so bis jetzt in keinem Spiel. Wir hatten das meistens immer nur als Scharfschützen-Version. HK-4-16, gekammert. Die haben gekammert geschrieben. Eigentlich schreibt sonst nur ich das. Und das ist eigentlich so mein Ding, das so zu schreiben, weil man das eigentlich so nicht sagt. Das ist ja eigentlich eine Übertragung vom englischen Chambered-In. Und im deutschen gekammert. Witzig, dass sie das so geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob die selber drauf gekommen sind. Höchstwahrscheinlich. So bekannt bin ich nämlich gar nicht. NATO. Das größte Kaliber ist zur Nutzung als Scharfschüsse-Gewer gedacht. Benutzt im Semi-Scharfschießen. Gut, scheint halbautomatisch zu sein. Das echte ist vollautomatisch. Ich habe erst gedacht, das könnte vielleicht Sturmgewehr sein. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Weiter geht's. TAR-21, israelisches Bullpop-Sturmgewehr. Recht interessant, das auch nochmal wieder zu sehen. Das gab es ja, ich glaube, in Modern Warfare 2 war es recht bekannt. Es war recht gut, wenn man viele Spielstunden damit hatte. Das war, glaube ich, so eine Pro-Waffe, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Weiter geht es mit dem MSBS-556B. Das ist ein polnisches Sturmgewehr. Das gibt es auch, ich glaube, das gab es auch in Call of Duty Ghosts. In Call of Duty Ghosts, nicht Bullpop. Hier hat man es in Bullpop. Das ist das Gewehr, was demnächst halt die, wie nennen sich die guten Leute nochmal, die Polen benutzen werden. Ist auch, soweit ich das weiß, ich glaube, es hat noch keiner irgendwie eins in der Hand gehabt. Und es müsste eigentlich auch so ein AR-18-System drin sein. Moment mal, ist das korrekt? Ja, genau. Genau, das ist das. Das habe ich nämlich schon auf dem, wie nennt sich das, in den Artworks gesehen. Die liefen, als ich mich versucht habe, verzweifelt einzuloggen und habe halt davor gesetzt. Und hier ist wirklich der Spanngriff dran. Und das stelle ich mir irgendwie merkwürdig vor, wenn man das ganze Ding als, ist das der Hülsenauswurf, wenn man das ganze Ding als Rechtshänder wirklich anschlägt und hier wirklich der Spannhebel ist, ich glaube, das ist ein Fehler, dann müsste einem das Ding ja die ganze Zeit gegen die Backe hauen. Und eigentlich kann das nicht sein. Und das wäre doch ein bisschen sehr gefährlich, würde ich sagen. Aber gucken wir uns mal den Rest der Waffen an. Vielleicht finde ich irgendwo gleich noch ein Bild, wo man das besser sieht. Ah ja, AN-94 ist bekannt. Russisches Sturmgewehr, was in der Lage ist, so einen Hyperboost abzufeuern. Das wird natürlich auch spannend, wenn ich das irgendwann mal im Spiel sehe. Denn es ist natürlich interessant, ob die das wirklich realistisch dargestellt haben. Denn das Ding kann einen Zweischussboost schießen, also so einen Zweischussfeuerstoß automatisiert, der so schnell ist, dass man den Unterschied zwischen den zwei Schüssen nicht hört. Und nicht nur das, wenn man das ganze Ding auf Vollautomatik stellt, dann werden automatisch immer die ersten zwei Schüsse mit einer Vollgeschwindigkeit von 1800 Schuss abgegeben. Allerdings schon der dritte Schuss hat dann schon nur noch eine Geschwindigkeit von 600 Schuss die Minute. Das heißt, das Ding regelt runter. Das ist relativ selten, dass es in Spielen korrekt dargestellt ist. Ich glaube, das erste Mal, als ich das Ding wirklich wahrgenommen habe in dem Spiel, das war Stalker. Und in Stalker war das so schlecht dargestellt, dass man zwar diesen Hyperboost einstellen konnte, aber der Hyperboost war so langsam, dass man noch die Maus loslassen konnte, während der zweite Schuss noch nicht gebrochen war. Also gucken, ob das richtig dargestellt wird. Also gucken, ob das richtig dargestellt wird.